Herzlich Willkommen bei Cash in the Tesch B. Was macht B? Chefbostin, Chefbostin, wie sollen wir denn dann die fette Kohle machen? YouTube bringt nichts. Ich würde trotzdem hart arbeiten, um mein Geld zu verdienen. Du bist eine Volvo? Ja. Ich glaube, wir sind hier, oder? Ein schönes Haus. Ein Haus? Ich glaube, so ein schönes Haus hätte ich ganz cool. Ja, was will ich denn mit einem Haus? Warum arbeiten? Warum malochen? Warum klettern bis Silvester bis nach oben? Hunde! Wow, ich muss mir ein Minderjähriger einstellen. Es tut mir leid, aber es ist falsch. Das hat nicht unbedingt immer was mit Drogen zu tun. Warum kann man nicht mehr Geld trinken? Einfach gucken, dass du aus dem das Meister rauskriegst. Okay. Mein Fernbus, die wurden irgendwann von Flixbus geschluckt. Das nennt man in der Wirtschaft übrigens Fusion. Ich möchte nochmal meine Neutralität hier unter Beweis stellen. Ein richtig guter Moderator. Ja. 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 Ja.